Echt? Ich komm doch in die Wand, wo gerade? Never. Guck mal nach, ob es die gleichen Punkte hat. Guck mal nach, ob es die gleichen Punkte hat. Trau mich nicht so laut. Zu erkennen ist das Weibchen an dir. Oh, ist das ekel. Kannst du das nicht machen, bitte? Aber das macht doch nichts. Guck mal, das lebt da jetzt. Nein, das soll doch nicht leben. So soll das leben. Die zahlen keine Miete. Ja, aber das ist ein kleines Tier, das braucht keine Miete zu erhalten. Darf ich das jetzt wieder anlegen? Stimmt. Wann ich das auch letztes Mal so eigentlich bevor? Das ist eigentlich leichter. Muss ich denn einmal... Ja. Der, der sich in der Zeit angreift. Weil es den Schatten oder so sieht. Der hat das schon lange gesehen, der hat keinen Angst vor dem Schatten. Und wartet auf einen See-Elefanten, der sich zu weit vorwacht. Aha! Für die Mutter und wie kalt anruft, die sich nicht ständig prüfen, wie groß die Länder sind, wie tief das Wasser ist und wie es um die Bezeiten steht. Das ist alles bescheuert. Was soll das? Was ist denn das so? Was ist das? Billy are you the f***ing? Er hat doch nur runtergefallen. Wo ist es denn denn? решet her zufangen, wenn sie sich riechen. Warte doch, bis es kurz wieder raus geht. Warum denn auch mal in die Ecke? Nur, dass das Licht da ist. Aber da kann ich es ja nicht fangen. Was sitzt da auf der Kante? Wie soll ich das denn da fangen? Das ist erstmal ein Tierfilm machen. Tierfilm? Ja, dann kannst du es doch auch fangen jetzt. Ja, kannst du es jetzt fangen? Du musst da raufklicken, damit es überhaupt scharf wird. Wie, was? Damit es scharf wird, damit es wirklich scharf stellt. Nein. Das ist so ein füßlich gekümmert. Okay, kannst du die jetzt auch fangen, weil du eh so nah dran bist? Bitte. Bitte. Bendy, kannst du sie bitte einfach... Warte, ja. Sonst essen muss ich ein bisschen mehr. So, jetzt bewegt sie sich. Wo ist das drin? Oh, noch da. Was ist das drin? Ja. Was ist das drin? Hör auf damit! Es fliegt gleich los! Jetzt kannst du es sammeln. Jetzt greift an. Es geht weg! Wache, hol es doch auf! Jetzt ist es weg! Nee, Bendy. Du suchst jetzt diesen Käfer immer hin. Kann der eigentlich fliegen? Der fliegt doch hier mal rein. Warum fliegt der denn ab da an? Der ist weg, Kim. Nein, dann guckst du da auf der anderen Seite hinterm Karton. Nee. Wenn die doch! Mach das jetzt! Vielleicht hätte ich von dem Ding ja auch angst. Es greift mich auch an. Schieb mal den Karton. Haben wir schon, da ist nichts. Nimm den Besen. Das ist hier in der Jacke, Kimi. Nimm den Besen. Fuchtel mal an der Runde drumherum. Doch immer ein bisschen. Ey, das fliegt mir gleich so wenig fest. Ich kann was hier für die Motel abfütteln. Da ist aber nichts mehr, Kimi. Das ist da an deinen Füßen in der Jacke. Das kommt mir echt. Das ist schon gut klar. Das ist ja, genau. Das ist ja. Bis zur Abfüttung. Und bei der Runde. Die Möge und der Runde. Ihr satan ab. Die Runde. Und bei der Runde. Ver blindness. Das ist ja.